Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen XRP Update Video. Ja, viel ist passiert. Wir hatten zwei signifikante News Events, die wir auch im Chart sogar sehen bei XRP. Also es war eine spannende Woche, die im Endeffekt genau dazu geführt hat, dass wir jetzt genau da sind, wo wir vor einer Woche waren und wo wir vor zwei Wochen waren und wo wir vor drei Wochen auch schon mal waren. Also es wird auf jeden Fall trotzdem ein spannendes Video. Wir schauen uns auf jeden Fall an, weil grundsätzlich bearish ist der Kurs auf keinen Fall. Wir müssen hier nur einfach vorsichtig handeln und die News auch richtig wieder reininterpretieren. Auf jeden Fall, bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram Talk und Signal Gruppe reinjoinen. Wenn ihr Bock habt, Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Der Link ist wie immer unten in der Videobeschreibung und weiterhin gibt es bei BingX die Aktion. Wenn ihr euch über meinen Link registriert, kriegt ihr 50 USDT an Freetages. Wenn ihr 100 USDT einzahlt, ihr müsst diese aber nicht zum Trading verwenden oder sonstigen, einfach einzahlen und es gibt jede Woche immer wieder coole Events, wo ihr auch mal Trial Funds etc. pp. abstauben könnt. Also gerne bei BingX anmelden. So und damit rein in die Analyse. Wir starten bei 0,52 USD heute bei XRP in den Tag und ihr seht schon zwei signifikante News Events, die wir diese Woche hatten. Einmal hier letzten Freitag und dann nochmal hier am, na wann war es, am Dienstag, den 3. Oktober. Und den 3. Oktober fangen wir jetzt gleich mal an, was ist passiert. Um mal die Überschrift ganz kurz zu lesen, Ripple, XRP-Fall, Richterin, den Berufungsantrag von der SEC ab. Grundsätzlich bullisch, aber nein, das heißt nicht, dass das Ganze jetzt komplett vorbei ist, denn die Entscheidung ist jedoch kein völliger Verlust für die Aufsichtsbehörde, da Richterin Torres eine Verhandlung für den 23. April 2024 angesetzt hat, um die verbleibenden Fragen in dieser Angelegenheit zu klären. Also, wir merken, geile Überschrift, klingt bullisch. Wenn wir das aber tiefer ein bisschen wieder in die Materie reingehen, sehen wir, nee, es hat sich nichts geändert, wir müssen auf diesen 23. April warten. Wir haben ein neues Datum, nachdem das alte Datum abgelaufen ist und das schauen wir uns jetzt gleich nochmal an, was ich hier hinaus wollte. Ripple ist gepumpt, dann am Dienstag geben oder Dienstag Nacht und ist jetzt genau da, wo wir wieder angefangen haben. Also das Szenario wiederholt sich immer, immer wieder. Egal, wie bullisch die News sind, die sich dann im Endeffekt wieder auf einen kompletten Schwachsinn herausragen. Mir kommt es immer so vor, als wird hier versucht, mit irgendwelchen News Kleinanleger in Long-Positionen zu bringen und von da aus dann im Endeffekt auf den Nacken der Kleinanleger wieder zu dumpen. Und genau so sehen diese Chartbilder in den letzten Wochen immer wieder auf. Hoffnung, Dump, Hoffnung, Dump. Und da muss man einfach komplett vorsichtig sein, was die Chartstruktur auch uns ein bisschen verrät. So, ansonsten, was kann man noch zu dem Chartbild sagen? Wir hatten da noch diesen Pump hier am 29.09., der grundsätzlich schon mal gut war. Also grundsätzlich war ja hier die Rede, wir müssen über das Golden Pocket rüberkommen, über unseren Widerstand, hat funktioniert, ist dann aber aufgrund wieder dieser newstechnischen Angelegenheiten da drunter gefallen, auch beim zweiten Versuch und jetzt beim dritten Versuch. Wieder versuchen wir das hier als unseren Support zu kriegen. Das Problem ist, ich möchte nicht aufgrund News über diesen signifikanten Widerstand rüberkommen. Und genau das war das Problem am 29.09. Jeder war im Hype und um was ging es da? Das war eine Ripple-Party. Es wurde vorher FOMO gesprüht, wie ich es lange nicht mehr erlebt habe. Am 29.09. sollte eine Riesenankündigung kommen. Ripple gewinnt gegen die SEC. Ripple entscheidet sich über einen Vergleich, was ich da alles gehört habe, was da alles schon im Umlauf war und das hat im Endeffekt dazu geführt, dass der Kurs so gestiegen ist. Was ich mich noch hätte eingehen lassen können, was da im Endeffekt genannt wurde, ist, dass Ripple Labs in Kürze einen Börsengang vorbereitet. Darauf warte ich eigentlich schon die ganze Zeit oder sie wollen ja auch an die Börse, was für mich auch langsam interessanter ist als der ganze Token an sich. Aber gut, das war mal wieder ein anderes Thema. Aber im Endeffekt wurde nichts verkündet. Es war einfach nur eine Party. Und da sieht man wieder, wie man aus einer Party ein Riesengeschehen macht, was dann im Endeffekt zu nichts führt. Also immer darauf achten, ihr könnt euch jedes XRP-Video angucken, was ihr Bock habt. Aber versucht immer das ein bisschen mit Bedacht zu sehen, auch wenn ihr News seht, oh Ripple, wieder neue Entscheidung. Ne, XRP-Party kommt, yeah, es passiert nichts und wir gehen wieder runter. Ne, also einfach ein bisschen vorsichtig sein, genauso wie jetzt am Dienstag oder Mittwoch. Hey, Richterin Torres lehnt den Antrag an. Ah ne, die Entscheidung ist trotzdem erst am 24. April. Darauf will ich einfach im Endeffekt hinaus, versuche das Ganze mal ein bisschen neutraler zu sehen. Auf jeden Fall, gehen wir wieder zurück zum Chart. Wir haben weiterhin diesen aufsteigenden Kanal. Das ist ganz, ganz wichtig. Der hält uns auch weiterhin eigentlich ganz gut. Wie gesagt, dieser Widerstandsbereich mit der Ineffizienz, den können wir jetzt erstmal vergessen, weil wir zwei signifikante Hochpunkte haben. Wo wir sehr, sehr viel Volumen haben. Also ich halte es trotzdem nicht für ausgeschlossen, dass wir hier Ripple doch nochmal ein bisschen höher sehen und zumindest hier oben in der Art bei 0,57 US-Dollar sind, weil hier oben eben diese Ineffizienz ist auf dem 4-Stunden-Timeframe und weil wir jetzt sehr, sehr viele Ankerpunkte nach oben hin haben. Was meine ich mit Ankerpunkten? Hier dieses Hoch, hier dieses Hoch mit einem Wig hinterlassen und natürlich dann unsere zwei News-Events, die auch Wigs hinterlassen haben. Und hier wird mit, meiner Meinung nach, Kleinanleger Money versucht, hier langsam die Short-Position aufzubauen. Also es ist gut möglich, dass wir noch diesen letzten Move eben hier hoch Richtung 0,57 kriegen. Das heißt, alle Frühshorter, die in diesem Bereich jetzt hier gehandelt haben, beziehungsweise die die Position hier eröffnet haben, dass wir die nochmal rausjagen und dann die Ineffizienz, sobald die geschlossen ist und jeder wieder im Hype-Modus ist, dass wir dann nochmal einen größeren Abverkauf sehen. Das würde auch grundsätzlich zu meiner Dinge mit Bitcoin immer noch passen, dass wir Bitcoin nochmal tiefer sehen. Und außerdem haben wir natürlich noch diese Wigs hier unten, die es immer noch zu füllen gibt. Also grundsätzlich, kurzfristig bin ich hier noch bullish. Wir könnten wirklich dieses Breakout hier schaffen, auch wenn wir jetzt mal hier so diese Linie sehen, könnte das sehr, sehr gut dazu passen, dass wir sagen, okay, wir bilden hier ein übergeordnetes Ascending Triangle, also einen aufsteigenden Kanal. Und dann sehen wir eben dieses Fakeout Richtung 0,57, maximal 0,58 US-Dollar Cent und dann eben diesen Abverkauf runter nochmal Richtung, wo haben wir es hier, Richtung 0,42, 0,43 US-Dollar Cent. Also da bleibe ich bei der Meinung, man muss das Ganze echt vorsichtig genießen. Also versucht weniger News euch anzuhören, guckt ein bisschen mehr auf den Chart teilweise und lasst euch nicht verleiten, nur weil eine Party steigt. Könnt auch mal eine Bitcoin-Party machen, mal gucken, was da gemunkelt wird. Oder halt wegen diesen ganzen SEC-Berufungsverfahren. Also da kommen jeden Tag neue News raus, die im Endeffekt nur mitgenutzt werden, um Leute in Long-Positionen zu kriegen, um sie dann im Endeffekt wieder rauszustoppen und falsche Hoffnungen zu vertreiben. Grundsätzlich aber interessante Einkaufskurse, meiner Meinung nach immer noch für alle Spot-Interessierten und natürlich die nächsten Einkaufszonen dann hier unten bei 0,42, die bei uns auch schon getriggert wurden. Also momentan grundsätzlich eigentlich ganz schön, was Einkaufskurse in diesem Bereich anbelangt. Aber wie gesagt, tiefer kann es immer gehen. Und damit würde ich sagen, verabschiede ich mich fürs Heute. Ich wünsche euch nochmal einen schönen Start ins Wochenende. War vielleicht nicht das, was ihr heute hören wolltet beim XRP-Update-Video, aber gut, man muss auch der Wahrheit mal ins Auge sehen. So, und damit war es das von mir. Schönes Wochenende. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und wir hören uns morgen wieder, beziehungsweise nächste Woche zu einem weiteren XRP-Update-Video. Bis dahin, ciao, ciao. Und wie immer, stay quick.